DietPi auf einem Cloud-Server installieren? Geht das? Das geht und ich zeige dir heute wie. Hi, ich bin Euger vom LoginTechBlog und es wird mal wieder Zeit für ein kleines DietPi Video. Ich möchte gerne DietPi auf einem Cloud-Server installieren. In der Vergangenheit haben wir uns ja angeschaut, wie installiere ich das auf einem Raspberry Pi, wie installiere ich das auf einem ganz normalen Intel- oder AMD-Rechner und wie installiere ich das auf einer virtuellen Maschine, zum Beispiel unter Boxmox. Aber jetzt habe ich einen Cloud-Server und da möchte ich aber auch DietPi laufen haben. Der Cloud-Anbieter bietet mir aber nur Ubuntu, Debian oder was auch immer für ein Linux, aber nicht DietPi für die Installation. Aber da gibt es ein kleines Skript, damit kannst du dir deine eigene DietPi-Installation erstellen, deine eigene DietPi-Distribution. Und als Basis brauchst du einfach nur ein funktionierendes Debian. Ob das ein Net-Install ist oder die ganz normale Standard-Debian-Server-Installation spielt keine Rolle. Mit diesem Skript wird aus deinem Debian ein DietPi gemacht. Und das schauen wir uns heute mal im Detail an. Ich habe mir dafür einen Cloud-Server bei Hetzner gebucht. Wenn du noch keinen Hetzner-Account hast, kannst du dir mit dem Link unten in der Videobeschreibung einen Account erstellen und bekommst auch noch ein Guthaben von 20 Euro. Damit kannst du das dann mal ein paar Monate ausprobieren. Der aktuelle Preis fängt so irgendwas bei 3 Euro irgendwas an, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal im Detail nochmal an, wie so der aktuelle Kurs ist für einen Cloud-Server. Aber wie gesagt, mit dem Link unten kriegst du einen Gutschein, kriegst du 20 Euro Guthaben, kannst das ausprobieren. Wir werden erst einen Server buchen, dann werden wir Debian installieren und dann lassen wir das Skript drüber laufen. Und dann machen wir aus einem Debian eine DietPi-Installation. Und somit steht ja natürlich alles, was unter DietPi dort zur Verfügung gestellt wird, zur Verfügung. Sprich die menügeführte Software-Installation, die vorgefertigten Pakete, die du dir installieren kannst, ob das eine Nextcloud ist, ob das Nextcloud-Talk ist, was auch immer. Damit kannst du einfach mal das ein oder andere rumspielen. Wenn du neu bist bei DietPi und DietPi dir jetzt nicht wirklich viel sagt, dann klick einfach mal hier oben auf meine Playliste. Da habe ich alle meine DietPi-Videos verlinkt. Da kannst du dir mal anschauen, wie DietPi funktioniert, wie man es installiert, wie man es konfiguriert. Wir möchten heute nur die Basisinstallation von DietPi auf einem Cloud-Server zur Verfügung stellen. Übrigens, es spielt keine Rolle, ob das jetzt bei Hetzner ist, ob das bei Linode oder wo auch immer du deinen Cloud-Server buchst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du Debian 11 als Basisinstallation hast und sonst nichts installiertes, keine Softwarepakete, gar nichts. Einfach nur ein Plain Debian. Und dann kannst du dieses Skript laufen lassen und bekommst deine DietPi-Installation. Wenn du Fragen hast, dann lass mir einfach einen Kommentar da. Und wenn dir das Video hilfreich war, dann gib mir einfach einen Daumen nach oben und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, dann klick einfach auf den Abo-Button. Ich gehe jetzt an meinen Rechner und wir installieren jetzt in der Cloud DietPi. Auf meinem Blog habe ich dir ganz genau beschrieben, wie die Installation geht. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dort findest du auch den Link zu Hetzner. Wenn du dir noch keinen Account erstellt hast, kannst du dort 20 Euro Guthaben bekommen. Wenn du auf diesen Link klickst, landest du dann hier auf dieser Seite und dann bekommst du die Bestätigung, dass du dein 20 Euro Guthaben bekommst. Allerdings gilt das nur für neue Kunden. Falls du schon einen Hetzner Account hast, kannst du diesen Gutschein leider nicht benutzen. Okay, ich habe mich bei Hetzner schon in meiner Konsole angemeldet und erstelle jetzt einen neuen Server. Ich sage neuen Server hinzufügen. Und ich nehme als Rechenzentrum Nürnberg und wähle Debian 11 aus. Jetzt scrollen wir ein bisschen weiter nach unten und jetzt für diese Installation nehme ich den CX11. Das ist der kleinste Server. Der kostet 3,92 Euro im Monat plus IP und dann sind wir bei 4,51 Euro. Hier unten steht es nochmal hier beschrieben. So, ich scroll mal weiter runter und gebe dem Ganzen dann auch noch einen Namen. Das kannst du alles so lassen, wie es im Standard ist. Öffentliche IPv4, öffentliche IPv6 und kannst dann hier deinen Namen für deine Instanz eingeben. Ich gebe hier mal DietPay ein. Kannst du eingeben, was du möchtest. Falls du mit SSH-Keys arbeiten möchtest, kannst du dir hier ein SSH-Key eintragen bzw. hochladen und hinzufügen. Und ich gehe jetzt aber ganz normal mit Benutzername, Passwort und sage kostenpflichtig erstellen. Jetzt wird der Server generiert. Das dauert ein paar Sekunden, nur mehr oder weniger. Siehst du, der ist jetzt schon fertig. Und ich bekomme jetzt eine E-Mail mit der IP-Adresse. Die steht zwar auch hier, aber da steht die IP-Adresse drin und das Kennwort für die erste Anmeldung. Und die suche ich mir jetzt mal raus. So, das ist meine IP-Adresse und mein Kennwort habe ich mir kopiert. Ich melde mich per Route an PSSH und Route an der IP-Adresse an und bestätige den Fingerprint und füge das Passwort ein. Jetzt werde ich aufgefordert, das Passwort zu ändern. Ich gebe das Aktuelle nochmal ein und vergebe jetzt mein persönliches Passwort für meinen Route Benutzer. Jetzt habe ich mich vertippt. Das gleiche nochmal so. Und das bestätige ich. Und jetzt bin ich an meinem Debian angemeldet. So, ich habe jetzt eine Basis Debian 11 Installation. Als nächstes, ich hole mir mal meinen Browser wieder hoch, als nächstes brauchen wir ein Skript. So, das haben wir hier durchgeführt. Und dieses Installationsskript wird von GitHub geladen, von der DietPi-Seite bei GitHub und führt die Installationsschritte aus, die man braucht, um ein DietPi zu installieren, um aus einem Debian ein DietPi zu machen. Ich füge das hier mal ein, dieses Skript und starte das. Jetzt werden hier sämtliche Pakete geladen, die benötigt werden. Und dann beginnt die Installation. Ich schließe mal das Browserfenster. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Der Rest ist nämlich ziemlich selbsterklärend. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis alle Pakete geladen werden. Jetzt werden wir gefragt, welche Branch wir installieren möchten. Wir haben Master, Beta und Developer. Also, ich wähle natürlich hier das, was auch vorgeschlagen wird, die Master aus. Bestätige das mit OK. Und jetzt werde ich gefragt, einen Namen anzugeben. Dieser Name erscheint nur bei den Credits, die bei der Anmeldung angezeigt werden. Ich kann jetzt hier meinen Namen eintragen. Was du reinträgst, ist eigentlich völlig egal. Es muss nur irgendwas eingetragen werden. Da kannst du reinschreiben, was du möchtest. Hat auch keinerlei Auswirkung auf die Installation. Jetzt wird gefragt, was die Basisinstallation war. Ich sage mal, das war hier ein Debian. Was dann nachher angezeigt wird, zeige ich dir, wenn wir uns das erste Mal anmelden. Ich bestätige das mit Enter. Jetzt wird gefragt, was das für eine Plattform ist, weil wir erstellen uns ja jetzt unsere eigene Distribution. Wir wählen hier Native PC aus. Wir können auch Virtual Machine auswählen, aber ich wähle Native PC aus. Dann Wi-Fi brauchen wir nicht. Das können wir hier gedroht deaktivieren, weil auf unserem Cloud-Server da ist kein Wi-Fi eingeschlossen. Dann bestätige ich es mit OK. Und da wählen wir hier Bullseye, nämlich die aktuelle Distribution aus. Und bestätigen wir es mit Enter. Und jetzt beginnt das Installationsskript und lädt alle nötigen Pakete, die für DiAPI benötigt werden, herunter. Und die, die schon installiert sind und nicht benötigt werden, die werden einfach deinstalliert. Das dauert einen kleinen Moment. Die Installation ist nun fertiggestellt und ich kann den Server rebooten. Da gebe ich einfach Reboot zu ein und die Verbindung wird getrennt. Der Server wird neu gestartet. Jetzt kann ich mich wieder verbinden mit Root und meiner IP-Adresse. Und da wir jetzt eine frische DiAPI-Installation haben, hat sich nun auch das Kennwort geändert. Das Kennwort im Standard ist bei DiAPI, DiAPI, also Root und DiAPI kleingeschrieben, ist das Kennwort. Jetzt wird Folgendes passieren. Das ist, wenn ich mich hier per SSH auf der Maschine anmelde, werde ich einen Fehler bekommen. Und zwar genau das. Was ist jetzt passiert? Wir haben ja praktisch mit der gleichen IP-Adresse eine neue Installation gemacht. Somit ändert sich auch der Fingerprint von dem SSH-Server, der auf dem DiAPI bzw. auf der Linux-Installation läuft. Und ich habe ja, als ich mich das erste Mal angemeldet, diesen Fingerprint gespeichert. Und dieser wird in einer Datei gespeichert und wird jetzt abgeglichen und der hat sich jetzt geändert und da meckert hier mein System. Also je nachdem, was du für ein SSH-Client nimmst, wenn du das zum Beispiel unter Windows ganz normal auf dem Command-Prompt machst, wirst du diese gleiche Meldung bekommen. Nämlich, dass sich der Fingerprint geändert hat und somit nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie er gespeichert ist und du dich nicht anmelden kannst. Jetzt kann ich einfach in .ssh gehen, also cd.ssh. Und da gibt es eine Datei, die heißt Known Hosts. Und Known Hosts, da werden die Fingerprints drin gespeichert. Ich kann jetzt diese Datei editieren und kann den Fingerprint von dieser IP-Adresse rauslöschen und die Datei speichern. Oder ich lösche die halt einfach komplett weg, weil da steht sowieso nicht viel bei mir drin. Deshalb kann ich die löschen. Aber du kannst sie editieren und kannst von dieser IP-Adresse, die du von Hetzner bekommen hast, natürlich diesen Eintrag rauslöschen. So, ich lösche die mal komplett weg, wechsle wieder mein Verzeichnis und verbinde mich erneut. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich diesen Fingerprint speichern möchte. Da sage ich natürlich ja. So, und jetzt gebe ich mein Passwort ein und das ist jetzt DietPi. Jetzt gebe ich DietPi ein und jetzt passiert Folgendes. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen blöd, das ist genau heute passiert. Übers Wochenende hat sich das Installercrypt geändert und da ist ein Fehler drin. Und dieser Fehler verursacht, dass die Bash, also die Shell, nicht geladen wird, wenn ich mich als Route-Benutzer anmelde. Als DietPi-Benutzer geht das. Aber da kann ich die Installation nicht durchführen. Da halt drehe ich mich im Kreis. Ich habe heute schon mit den Entwicklern gesprochen. Das wird gefixt. Also je nachdem, wann du dieses Video siehst, wird dieser Fehler nicht auftreten. Da das heute aber schon passiert ist, habe ich natürlich in meinem Blogartikel geschrieben, was da zu tun ist. Und zwar kommt dann dieser Fehler hier und da musst du einfach diesen Befehl eingeben. Den kannst du dir kopieren. Also wenn du das relativ zeitnah machst und auf dieses Problem läufst, fügst du einfach diesen Befehl von meiner Seite ein und sagst somit, dass der Route die Bash dort bekommt. und dann wähle ich das aus, drücke Enter, mache nochmal einen Reboot, weil das wird das beim nächsten Starten gezogen. Und dann läuft das ganz normal durch. Wie gesagt, je nachdem, wann du dieses Video guckst, ist dieser Fehler schon beseitigt. Ich habe das heute bei GitHub gemeldet, habe mich mit den Entwicklern ausgetauscht und das ist schon ein Pull-Request drin. Das heißt, je nachdem, wann du das schaust, hast du dieses Problem nicht. Sondern, das sieht dann bei dir nämlich so aus, DitePi und zack, geht die Installation weiter. Und so sollte es eigentlich sein. Wie gesagt, ist heute noch ein kleiner Fehler im Skript drin, aber ist jetzt kein Riesending. So, jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis er sich die Zeit synchronisiert. Und dann läuft der ganz normale DitePi-Installer durch. Den kennen wir ja schon von meinen Videos, die ich dazu gemacht habe. Wir gehen jetzt einfach mal die Grundinstallation durch und machen dort ein Minimal Image, so wie das heißt. Also einfach nur eine ganz normale Standardinstallation ohne irgendwelche Softwarepakete. Als erstes werden wir jetzt aufgefordert, die Standardpassworte zu vergeben bzw. zu ändern. Ich bestätige das mit OK. Das erste Passwort, das wir vergeben, ist das globale Softwarepasswort. DitePi hat ja verschiedene Softwareinstallationspakete und je nachdem, wenn dort ein Passwort für die Anmeldung gefragt wird, wird dieses Standardpasswort dann dort gesetzt. Ich vergebe jetzt mein Passwort, bestätige das mit OK. Und als nächstes werden wir aufgefordert, das Root bzw. von Benutzer DitePi das Genwort zu ändern. Das bestätige ich auch mit OK und vergebe hier mein Passwort und bestätige das und hoffe, dass ich mich nicht vertippt habe. Und ja, das wurde gesetzt. So, jetzt wird die serielle Konsole deaktiviert. Die brauchen wir auf dem Cloud Server ja gar nicht. Und jetzt läuft die Installation soweit durch. Jetzt gehe ich einfach hier unten auf Install und damit wird eine ganz normale Standard Minimal Image Installation gemacht. Das Pure Minimal Image. Das bestätige ich mit OK. Und jetzt werden alle benötigten Dienste installiert für dieses Pure Image. Jetzt werde ich gefragt, ob ich statistische Daten übermitteln möchte. Ich finde das immer ganz gut, damit die auch sehen, was so installiert wurde. Ich sage Opt-in. Und jetzt habe ich meine Installation abgeschlossen. Das heißt, ich habe mein Pure Image von DitePi auf meinem Cloud Server installiert. Juhu, das war doch ziemlich einfach. Und vorhin habe ich ein paar Daten eingegeben und hier steht das, weil es ja jetzt kein Image ist, was von DitePi direkt kommt, steht hier Image bei und dann Holger. Und dann steht hier Pre-Image, also das, was vorher auf dessen Basis das praktisch läuft, ist hier Debian. Das sind die zwei Abfragen, die zu Beginn dort benötigt wurden. Also einmal den Namen und dann die Basisinstallation. Wie gesagt, was du da einträgst, ist völlig egal. Das wird dann natürlich nur als Statistik übermittelt. Und da kannst du auch Kontaktdaten eingeben. Du kannst ja auch davon von diesem Image ein, von dieser Installation ein Image machen, kannst das weiter verteilen, damit die Leute dich vielleicht kontaktieren können. Wie auch immer. Gut, als nächstes würde ich vorschlagen, du gehst in DitePi-Config und stellst erstmal deine Tastatur und deine Maus, beziehungsweise deine Tastatur und deine Sprache ein. So, das kannst du hier unter Language, Regional Options machen. Zum Beispiel deine Zeitzone, die ist Europa und natürlich dann sind wir hier in Berlin, beziehungsweise Deutschland. Und als Keyword Layout wähle ich hier natürlich dann ein Generic, nicht Englisch, sondern ein anderes. Und dann gehen wir hier unten auf German und wählen das German Keyboard aus, damit wir auch eine deutsche Tastatur haben. Und zwar so Default Layout, kein Compose Key. Und das war's gewesen. Und jetzt haben wir hier eine vernünftige Installation mit Umlauten und so weiter, wie wir das brauchen und können jetzt mit DitePi-Software unsere Software auf unserem Cloud-Server installieren. Das war soweit alles. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib sie einfach unten in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und unten in der Playlist, beziehungsweise unten verlinke ich dir nochmal eine Playlist zu weiteren DitePi-Videos, wie du jetzt auf deiner DitePi-Installation Software installieren kannst. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.